Wenn Sie für das FBI arbeiten, stehen Sie an vorderster Front zwischen Ordnung und Chaos. Und in der heutigen Welt kann man leicht die Orientierung verlieren. Identifizieren Sie diese Personen und erstatten Sie mir Bericht. Hast du schon irgendwann sowas gesagt? Ich bin Surfer. Schon, aber hast du sowas schon mal gesurft? Willkommen, Bruder. Hi, ich bin Bodhi. Bin dabei. Drei Verbrechen auf drei Kontinenten. Ich denke, die hängt zusammen. Was die versuchen wollen, nennt sich Osaki-Aid. Eine Serie von acht Prüfungen zu Ehren der Kräfte der Natur. Also geht es hier um Erleuchtung? Genau. Was machst du hier, Yuta? Vielleicht jage ich die Aid. Ein Mann, der seine Grenzen sucht. Sprengt sie irgendwann auch. Komm mit uns. Wie lang waren Sie jetzt undercover? Zwei Wochen? Wir verwenden das Geld aus den Überfällen, um Osakis Lehren umzusetzen. Wir müssen mehr geben, als wir nehmen. Da oben sind ein paar Milliarden Dollar. Wollt ihr es stehlen? Nein. Wir geben es zurück. Du bist schon zu lange undercover. Was gerade passiert ist, war ein Verbrechen. Die Menschen sehen, was sie sehen wollen. Sie halten sich für Verfechter einer gerechten Sache. Auf welcher Seite stehst du? Ich muss vor der letzten Prüfung an Bodhi rankommen, sonst ist er weg. Bodhi, hör auf! Wir werden alle sterben. Die Frage ist nur, wie.